Ein weiteres Modul der großen Stammdatenverwaltung in Wabi Profi 3 ist unter anderem der Lieferantenstamm. Der Lieferantenstamm ist sehr simpel, ist übersichtlich und einfach zu bedienen. Und trotzdem ist er sehr, sehr wichtig. Also, warum trägt ihr eine wichtige Position in der Stammdatenverwaltung? Ganz einfach, weil in Wabi Profi 3 selbstverständlich vieles und alles miteinander verknüpft ist. Im Klartext, ein angelegter Lieferant steht Ihnen natürlich auch sofort in der Auswahl Ihres oder bei der Zuordnung von Artikeln zur Verfügung. Okay, gehen wir da mal raus, gehen wir wieder rein im Lieferantenstamm. Wie ist er aufgebaut? Wir haben auf der rechten Seite unsere Liste, auf der linken Seite unsere Details, die Sie dann mit Informationen füllen können. Sie können filtern, dass Sie sagen, ich will jetzt einfach mal alles sehen, was meine oder was mit meinen zu tun hat oder so. Ja, Sie können hier drin filtern, Sie können hier drin sortieren. Sie haben natürlich auch Druckmöglichkeiten, dass Sie sagen, na, das wollte ich nicht, drucken wollte ich. Dass Sie sagen, ich brauche ein Adressetikett für den markierten Lieferanten, DPD, GLS, Hermes, wie auch immer. Oder Sie können sich eine Liste mit allen Lieferanten anzeigen lassen. Dass Sie sagen, so, ich will eine Lieferantenliste haben. Oder natürlich auch sagen, ich zeige mir mal die Lieferanten in einem Postleitzahlenbereich. Konvalut zu den einzelnen Feldern im Lieferantenstamm. Generell gilt für jede Stammdatenverwaltung, je genauer oder je vollständiger Sie Informationen eingetragen haben, desto besser und so leichter und so schöner ist es, Informationen zu verarbeiten. Ein simples Beispiel. Sie wollen an den Spiellieferanten jetzt, warum auch immer, schnell einen Brief schreiben. Einen Fax am besten. So, jetzt macht es natürlich Sinn, wenn Sie alle Informationen bereits eingetragen haben, wie die Kundennummer, die Anschrift und so weiter. Auch Telefon- und Faxnummern. Warum? Ganz einfach. Wenn Sie, als Beispiel, eine Faxnummer eingetragen haben. Okay, speichern wir das Ganze. Könnten Sie nun an den Spiellieferanten ganz einfach schnell einen Fax schicken. Mit einem bestimmten Betreff, bla bla bla. Mit einer Nachricht können Sie natürlich importieren und so weiter. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein und ich sage, ich will das faxen. Und zack, und faxen. Wabi Profi 3 arbeitet mit Fritzfax zusammen. Und Fritzfax ist eine Software von der Fritzbox, die Wabi Profi 3 ansteuern kann. Übergibt die Faxnummer und Sie brauchen hier nur noch sagen, schick das Ding bitte raus. Dann schickt Wabi Profi 3 das Fax, das wir jetzt hier vor uns sehen, also den Brief raus, der dann wie folgt aussieht. Ich sage jetzt einfach mal Vorschau, sieht dann so aus. Layouts können Sie natürlich anpassen, selbst designen. Des Weiteren ist es auch sehr, sehr hilfreich, wenn Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegen. So, Sie können natürlich auch mehrere hinterlegen, die Sie dann einfach in eine neue Zeile schreiben. Machen wir es so. So, nun können Sie ganz einfach eine E-Mail senden an den Lieferanten. Dann können Sie einen beliebigen Text importieren. Und ich sage übernehmen. Jetzt sollte uns unser E-Mail-Client öffnen. Ja, und der hat schon alles vorbereitet, wo er dann sagt, jetzt kannst du es rausschicken. Also, der Lieferantenstamm beinhaltet schon viele, viele Funktionen. Sie können natürlich auch sagen, hier, ich springe mal schnell auf die Homepage zum Lieferanten. Und Sie können sagen, der Lieferant hat natürlich einen Vertreter. Und Sie können einen angelegten Vertreter, diesen Lieferanten zuordnen, den Sie dann wiederum per Klick einfach kontaktieren können. Die Felder sind soweit eigentlich klar. Kommen wir zu der Karteikarte Bank. In der Karteikarte Bank geben Sie natürlich IBAN, BIC und so weiter an. Und Wabi Profi 3 hat auch diesen kleinen IBAN-Container, der, wenn jetzt hier zum Beispiel noch eine alte Bankleitzahl drinsteht, 0, 0, machen wir es so. Und ich klicke jetzt mal daher. Dann zeigt er mir schon die passenden Banken zu der Bankleitzahl an. Ich brauche jetzt hier noch sagen, übernehmen. BIC wird automatisch eingetragen. Kontonummer mache ich einfach 4 mal die 0 oder 7 mal die 0. Und dann kann ich mir auch schon die IBAN berechnen lassen. Bitte noch kontrollieren, aber im Regelfall stimmt es. Steuernummer ist klar. Konditionen ist auch klar. Hier tragen Sie ein, wie viel Rabatt, wie viel Skonte und wie viel Standardvaluta Sie vom Lieferanten bekommen. Denn Sie können ja auch Eingangsrechnungen erfassen. Und eine Eingangsrechnung zum Beispiel von unserem Spiellieferant oder Spiele-Lieferant ist es durchaus möglich, dass Sie eine Warenlieferung bekommen und somit auch eine Eingangsrechnung des Lieferanten haben. Diese können Sie im System natürlich auch erfassen und natürlich dem Lieferant zuordnen. Hier unter Eingangsrechnungen Ausgaben. So, und hier merken Sie auch wieder, ah ja, die Lieferanten hängen mit den Rechnungen zusammen, mit den Artikeln zusammen. Okay. Bei Bestellung tragen Sie die Mindestabnahmemenge oder den Mindestbestellwert ein, an dem der Lieferant Ihre Aufträge entgegen nimmt. Hier können Sie verschiedene Briefanreden hinterlegen und hier können Sie Dokumente hinterlegen. die Sie zum einen mal manuell hinzufügen können oder eventuell hinterlegte Dokumente aufrufen können. Sehr, sehr interessant ist auch die Karteikarte Einstellungen. Denn hier können Sie festlegen, wie Eingangsrechnungen standardmäßig dieses Lieferanten behandelt werden. Simples Beispiel. Sie bekommen eine Rechnung über 100 Euro. So, da sind 5 Euro Fracht dabei. Es gibt jetzt wiederum den einen oder anderen Lieferanten, der sagt, meine Frachtbeträge sind skontierbar. Der andere sagt, nee, 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 Frachtbeträge werden bei uns kein Skonto abgezogen. Das heißt, das können Sie hier sauber deklarieren, damit Sie beim Verbuchen von Eingangsrechnungen dann nicht mehr groß rumklicken müssen, sondern wirklich die Lieferantenspezifischen Informationen schon vorliegen haben. Auch können Sie sagen, pass mal auf, standardmäßig, wenn ich von dem Lieferanten was bekomme, ist das egal. Ich sage jetzt mal hier Werbung. Und das bezahle ich standardmäßig vom Geschäftskonto. Also Sie jetzt, ne? Okay. Das können Sie alles schon hinterlegen. Dann können Sie es einfach abspeichern und das war es schon. Und das ist wirklich total simpel, denn diese Informationen können Sie dann im späteren Verlauf in Wabi Profit 3 ganz, ganz toll verarbeiten. Des Weiteren haben Sie natürlich hier einen Rechtsklick in der Menüleiste. Da können Sie sich eventuell Lieferantenwerte anzeigen lassen. Lieferantenwerte, was ist das? Einfach Rechnungen, die Sie vom Lieferanten bekommen haben. Dann haben Sie die Möglichkeit auch noch zu selektieren, dass Sie sagen, im Jahr, im Quartal, im Monat oder von bis, wie auch immer. Des Weiteren können Sie auch Ihre Eingangsrechnungen anzeigen lassen. Das ist das, wovon wir gerade vorhin gesprochen haben. Das heißt, dann zeigt er alle Rechnungen an, die Sie, oder alle Verbindlichkeiten an, die Sie an den Lieferanten noch erstatten müssen. Auch können Sie sagen, ich brauche schnell einen Termin für den Lieferanten. Ja, dann klicken Sie auf Termin Schnellanlage. Dann könnten Sie sagen, der Termin soll stattfinden. Keine Ahnung, ist Ganztagestermin? Nein, neuer Termin? Egal. Und das soll hier. Und dann können Sie das Ganze einfach abspeichern. So, sage ich hier, geschäftlich. Und da bin ich, was weiß ich, abwesend. Mhm. Dann kann ich einfach übernehmen klicken. Könnte das, wenn Sie Outlook installiert haben, sofort mit Outlook abgleichen lassen. Oder ich könnte dem Ganzen eine Wiedervorlage hinzufügen. Der neue Termin ist jetzt im Hintergrund gespeichert. Schauen wir uns jetzt einfach an. Wir sollten nun irgendwo einen Termin haben. Hier, neuer Termin. Doppelklick drauf. Und das ist der Termin, den wir mit dem Musterlieferanten, hier oben, da blinkt es blau, 500 haben. Cool. Okay, was haben wir noch für schöne Funktionen? Sie können eine Adress, eine Online-Adresssuche für den Lieferanten machen, dass Sie sagen, gibt es denn überhaupt noch? Sie können sich eventuell die Online, also die Map dazu anzeigen lassen oder eine Route berechnen lassen. Dann machen wir das einfach mal. Wie geht das hier? Okay. Na. Jetzt ziehe ich das in Internet Explorer jetzt hier rüber. So, und dann habe ich die Route hier. Dann sagt der hier, Musterweg, den gibt es natürlich nicht, klar. Aber dann hätten Sie eine Route angezeigt. Alles ganz cool. Was haben wir noch für schöne Funktionen? Toolbox, Eingangsrechnungen, klar. Da kommen wir jetzt zu den Eingangsrechnungen. Das haben wir vorher schon auch im rechten Mausklick gehabt. Nachbestellungen. Hier können Sie direkt zu den Nachbestellungen des Lieferanten springen, die Sie im Übrigen auch über das Startmenü erreichen können, Nachbestellungen, oder aus dem Artikelstamm in der Toolbox über Waren bestellen. Hier können Sie Briefe an einen Lieferanten schnell schreiben. Oder Sie können natürlich für diesen Lieferanten, weil Sie wissen, Sie müssen in sechs Monaten dem Lieferanten irgendwas Nettes schreiben, einen Terminbrief hinterlegen. Auch können Sie hier alle Lieferanten nach Outlook übertragen oder dementsprechend einfach einen Export tätigen. Vorausgesetzt, Sie haben Excel installiert. Das ist natürlich die Prämisse. So, und das war es eigentlich jetzt mit dem Lieferantenstamm. Ich bin bewusst auf viele Themen nicht ganz so tief eingegangen, denn viele Themen wie Briefe schreiben, Terminen, Anlagen werden separat in Videos behandelt. Nur damit Sie hier einfach mal eine Vorstellung erhalten, was kann der Lieferantenstamm, wozu brauche ich den, was sollte ich vielleicht beachten. Bis bald!